Musik Der Tiger von U-Tan. Ein großartiger Abenteuerfilm nach der Erzählung des bekannten Schriftstellers Luke Shaw. Herrliche Aufnahmen und eine spannende Handlung machen diesen Film zu einem einmaligen Erlebnis. Sie sehen Brian Donlevy. Dafür muss Ballard büßen. Wenn ihr von der Hatchet-Range ihn schützt, dann geht's euch schlecht. Rod Cameron als verwegener Cowboy, der unter Einsatz seines Lebens um die Hatchet-Range kämpft. Zwei Frauen bestimmen sein Schicksal. Ich werde ihn töten. Ich halte dich nicht. Ich sehe, eines ist die einzige Lösung. Ella Raines als die resolute Farmers-Tochter Celia Everts. Forrest Tucker als ihr Verlobter, dem seine maßlose Eifersucht zum Verhängnis wird. Du hast sie gegen mich aufgehebzt. Das ist mir zu dumm. Ich habe keine Lust auf dein Geschwätz einzugehen. In weiteren Rollen Barbara Britton, Jill Wills, J. Carol Nash und Jim Davis. Ich komme, um ein Vieh zu holen. Die Rinder bleiben hier. Jetzt sind wir beide Quintka-Team. Der Tiger von U-Tan. Ein spannender Abenteuerfilm aus der Geschichte des amerikanischen Westens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.